Safe Spiel einmal Schrotzlinde Von unten auf dem Boot aus Mann, das ist doch nicht dein Ernst, ey Alter Hier stehen zwei Mörser rum bei C Was ist denn da los? Wieso kriegt denn die keiner weg? Alter Schwede, ey Einen habe ich Ah, das läuft gerade wieder Waren ich gar nicht bei mir, ey Scheiße D-Kampf bei C Mörser Da kommt einer Um die Ecke Rechts oder was? Ah, hinter der Mauer hier Nein, nachher doch nicht Einen hab ich Da guckt einer wo der Mauer Kommt links, der kommt links Zu spät Viel zu spät, der war schon im Haus drin Echt? Ja In dem Moment wo du sagst Links steht er im Haus irgendwo bei mir Da war das für Noch ein anderer Ja, da war das noch ein anderer, ja Einer getrochen aufs Dach Und mich hat er nicht durch Fuck Ich schieße euch Da hab ich den nicht getrochen, alter Ich hab ihn getrochen, aber er ist nicht gestorben Das war jetzt nicht dein Ernst, sondern Bitte Prümen Prümen Geräude Alter Ich hab jetzt erstmal das halbe Haus eingestützt neben mir Nein, durch ein Mörser gestorben Was mörsern die denn so übel rum, ey Finster Finster Maler, kleine Eier Jetzt können alle kleinen Eier Hm, noch eher Wahnsinn Ah, du meinst, wenn wir hinten eben spawnen Der überlebt ja überlebt Sehr gut Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Au, hinten vorne überall Bei hab ich Ich geh gar nicht mehr raus aus dem Blöden Alter Was bist du denn schon wieder tot? Ja, da gucken, da gucken Hauptleute rein Schau mal bitte Schau mal bitte Schau mal bitte aufgeräumt Die weg Alex, ja Was war denn jetzt los? Wieso bin ich jetzt gestorben? Die kommen außen rum, ist gewollt gelaufen Da ist schon einer Einen hab ich Zweite nicht Irgendwie hab ich grad verzogen die Maus Aber wie Danke Ja, der Panzer ist glaube ich geregelt Naja, da waren aber noch mehrere Es waren nicht noch zwei Ok, hier liegen noch paar Leichen Ganz ruhig Brauner Überall die Mörser, ey Hammer Die zerkloppen die ganzen Wände, ey Da ist überhaupt keinen Schutz mehr Ja, das krieg also Buh Da kam von, da kam von Napsen Ach, der Panzer schießt zwischen C und D Oh, herrlich Viel zu viele Fahrzeuge und jetzt Ah, ja Von Von rechts Hast du gesehen woher das kam? Es war ein einzelner Schuss Ja, ja Ja, ja Von links, von links Nicht von links, von rechts Von wo aus denn? Also wo, wo ist er? Ich hab markiert Dahin? Dahin Haben wir getroffen? Mehrere, ich kann mich noch Naja, ich geh weg Es ist mir zu heiß hier D schießt mit zu heiß Die müssen es auch schießen oder? Eigentlich nicht Hm Alter Da kommt der Ablehams Das ist nicht erholt Was ist das? Da kommt der Ablehams Das ist nicht erholt Ich bin der Ablehams Das ist nicht erholt Das ist nicht erholt Ich war grad zwischen aufm Weg nach B Von wo denn? Schau mal wieder Oh ja, Eben Alter, ich lass sie mal wieder sein Die Weiber schießt hier jetzt raus Oh, da ist noch ein Phantom Alter Schilde Oh, da ist ein Panzer Boom Zum Wege, Panzer Nee, nicht Nee, nicht hier die Treppenbuch, Jungs Nee, ich komm Wir gehen hier wieder Wir machen hier Achtung, wir haben dieses Einsatzziel verloren Oh, nee, die wollte ich abschießen Ausrasten hier Kleiner Killsteam, ja Erstmal ganz gefliegt zu A, doch Boah, hier kommt der Panzer wieder Ich bin schon fast für A Kann doch nicht sein Komm, noch ein Panzer an für A Ja, hier ist dein Medikin Ah, da haben wir Arschen eingenommen Ach so Vielleicht, vielleicht sollte ich mal auf Support wechseln Mit C4 Nee, das ist ja Quatsch Würde Sinn machen Der war doch krass nackt Alter Little Bird Alter, woher hat das Little Bird ist down Das ist ein Instandangst, Alter Woher wurde ich jetzt gerade angeschossen, Initial? Ey, da VRD, ey Dass die doch immer auf irgendwelchen Berghügeln stehen, ne Und runterrotzen, ne Weil die alles Pussis sind Also ich trau nach vorne zu fahren, ne So, ich sitz mal im Middle Bird drin, ne Aber der bei uns Der gar nicht so lieblich ist, sondern einfach nur scheiße unwendig So, ich sitz mal im Middle Bird drin, ne Das Einsatzziel verloren Komm schon, und rein zurück Over Ah, sieh schon Lass sie schottert Alter, ALTER So ist ein Abrams abgeschossen worden Eben mit Little Bird Ah, Luftverhaltung, riesig bei uns Ich versteh aber nicht, warum der, warum der US, äh, der Russenhubschrauber so übel langsam ist diese ZLW, ja Ja Im Vergleich dazu ist der Little Bird viel viel schneller, finde ich Ja Jetzt werden wir auch schön in der Bodennähe fliegen Mal gucken, was zum Erfolg führt Achtung, Einsatz ziemlich neutralisiert Ach, die KZ schon über da, ey Ach, da kommt auch einer auf C gelaufen PADAAA Ja, aber die kann so schön über da, ey Du schießt mich schon in die Übersicht, keine Ahnung. Du falbst auch etwas. Schön auf C gelegt. Ein Feind mit der Jungen kommt aus dem Gebiet gesichtet. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Hier ist dein Medi-Kit. Wer steht da? Wut! Ganz hoch! Das Einsatzziel wurde erobert. Wo sind die hin? Alter schieß doch nicht auf mich. Ich bin dein Freund, du Tore. Das sehe ich, wenn wir überhaupt keiner trüben. Das ist ja interessant. Nö, so. Ey. Da muss ich nur den Schwach. Ja, ja, ja. Nein! Ich schleiche nach vorne und wäre von irgendwo abgeschossen. Was ist das hier denn? Der von Rang 11. Der muss doch einfach mal schießen. Unter uns sind ganz viele Ergegnungen. Bis dann. Auf Richtung D. D, okay. Zumindest laut Minimap. Die Mörsen gehen mir auf dem Zünder. Ja, aberisch übel. Da kriegen wir noch Klee Mörsen, ey. Naja, zisch, zisch. Kannst du ja mal Snipern, du Arschloch. Ich höre sie nicht. Weil nix draufhast du, wie ich so. Alter, die Mörsen gehen mir auch richtig auf dem Sack. Du kannst dich nur irgendwo hinlegen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch das Ziel, das ich mal hinlegen soll. Weil überall Jets, überall Jets und überall Hubschrauber, ja. Das ist so übel. Klee, ihr seid nur ein Medi-Kit. Der hat mich vor die irgendwie, ey. Das ist so übel. Der kommt ein Medi-Kit. Vorsicht, ich habe einen Feind aus dem Scharfsschütze gesichtet. Over. B vorhoben, ganz gelegt. Boah, wie die auf den Bergen hocken, Christian, ich sag's dir. Geil, der hat sogar einen Beacon gehabt, ja. Aber er hat nicht drauf geachtet anscheinend. Nein, da hat er einen MP4-Rex, 14-Rex, nee, MP4-12-Rex ausgeholt. So. Ne, da war er im Blut. Da war ich so krank, die Spawn-Biegen wegzumachen, von denen er, statt ich die Typen lieber weggeschossen hätte. Guck mal, ist ein brennendes Wrack angerollt von rechts. Jetzt. Over. Richtig geil. Wo ist die Panzer aus oben? Ja, ja, ich weiß. Ich sehe es auf der Minikarte. Hast du aber wirklich einen Premium-Sorber rausgesucht, Christian? Ja, ja. Rischer Premium-Sorber. Rischer Assi Premium-Sorber, ja. Eintrum mit rein. Auf die Higgs-Born Assi Gegner, Mensch, was willst du mehr? Ich hab den feindlichen Helikopter gesichtet. Over. Aufpassen. Ich hab den feindlichen Sniper in eurem Bereich gesichtet. Over. Hab ich den nicht getroffen, ey? Nein. Wir haben das Einsatzziel Errober. Wir haben das Einsatzziel Errober. Oh. Oh. Ein fasslicher Jetfall in unserem Gebiet gesehen. Ich hab schon mal gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Da liegt oben auf dem Felsen, wo alle Sniper liegen. Weißt du, wer da steht? jemann. Mit der P90. Auf dem Berg. Merkst du was? Merkst du was? Ne? Ne? Ha ha. Mann. Wiespiel, ey. Ist auch auf dem Server her. Kommt drauf. Das ist ja bei der Form. Hast du den ganzen Tag noch einen Snap, oder was? Schön, dass ich immer noch von oben ein Foto bin. Frag mich mal warum, ich hab eigentlich gar nichts gerestet in dieser Runde eigentlich so gefühlt. Premium! Ja, schieß doch mal auf ein paar Flugzeuge, die du auch mit dem NG gut abschießen kannst. Au! Was trifft mich denn hier? Da hat mir einer mitgegeben, den Sniper. Oh, vom allerfeinsten. Was ist denn das Spawnbarger? Dumm gelaufen wie du Spawnbarger hast, würd ich mal sagen. Hier ist dein Medikid! Ach du, ist da heute hinten so angefahren gekommen. Der einen habe ich. Ein Schauschützer. Das ist gut. Ich glaube, es sind noch ein paar andere. Wir müssen den einen mal einnehmen, den Punkt, weil sonst ist das scheiße. Das Spawn geht immer wieder nicht. Oh, da hinten! Achtung! Oben Panzer. Den Jeep. Fuckio, du kleiner Wichs-Sniper. Hast du den oben aus dem Jeep raus? Nee. Ich glaube, dass wir den Sniper noch hier weggezogen haben. Okay, da fährt einer mit dem Jeep umher, hinter uns. Ja, ja. 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 Ja, ich bin so viel 7. In your face. Alles klar. Da haben wir schön B ausgeräumt. Find ich gut. Ja. Aber die Schauschüter sind immer noch irgendwo. Ich schwöre es aber bloß nicht. Also, eigentlich müssten die jetzt alle weg sein hinter uns. Ich hab den Jeep drüben getötet und ich hab ihn mit Schauschützern getötet. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Bei C auf dem Dach nicht immer. Hier war D, Entschuldigung. Auf im Dach? Ja, keine Idee Ja Sehe ich aber oben keinen Wir haben gerade markiert eigentlich Ich habe mich hart daneben geschossen Wohin hier aber auch gerade irgendwas Och alter Boah, hier zu laufen ist bestimmt total die super Idee Ja, genau das Leben Weiß Fick euch Was ist denn hier? Ich habe schon mal einen gesehen da drübe Ich habe noch ein bisschen Leben liegt Ach ja, das ist der Typ der glaube ich auf D liegt Jetzt ist er gestorben Ja Da musste ich mal eben das Scharfschützchen mehr rausholen Da hast du mir eben einen Kremi-Schuss rausgeholt Ich habe leider keinen Headshot Aber er war zu langsam zum Aufstehen Tod ist Tod Ja Da ist er D знst, dass wir die Quang mai schaffen Bis zum nächsten Mal.